Ein herzliches Willkommen zurück, meine Lieben! Was ist das? Ich habe gedacht, das war es schon an Tieren. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh fuck. Dein Ernst, oder? Was ist das, Alter? Was ist das? Sag mir bitte, Alter, dass es dir gut geht. Alter, du hast davon nichts mehr... Nie hör mal was mitgekriegt, Mann. Wie bist du drauf, bitte? Ich möchte gern schlafen. Ja, sorry. Ja, ich bin alleine gegangen, ohne dich. Ja, ich bin alleine gegangen, ohne dich. Ich bin so froh, dass du mich abandondest. Das Boot ist mit Gas, aber wir können noch nicht verlassen. Andrew hat den Motorradfahrer. Ich war so dumm, dass er ihn verletzt hat. Aber ich wusste nicht, dass er sich selbst verletzt würde. Das ist all meine Schuld. Und ich werde nie rauskommen. Würdest du... ... geh zurück zu ihm und es holen? Haha. Du bist zu nett... ... zu einem broken Mann. Aber nicht erwartet, dass er es dir geben kann. Er wird versuchen, mit uns zu kommen. Es ist besser nicht zu sagen, dass wir uns verlassen. Sagen sie... ... ich weiß nicht... ... etwas zu machen, dass er es dir geben kann. Es ist krass, ich weiß, aber es muss es geschafft haben. Es geht. Um... ... Hmm. Können wir ja irgendwie nachladen? Ah! Ich bin gerade schrocken, du blöder Affe! Was findest du? Haben wir jetzt mehr Platz? Was ist das? Hallo. Braucht große Beutel aus Tierhaut. Das können wir doch selbst machen, oder nicht? Wie funktioniert das? Gucken wir doch mal schnell nach. Äh, wir warten das. Äh... Finde eine Tierhaut und fertige einen Beutel an. Okay, wir haben doch rein theoretisch eine Tierhaut, oder nicht? Fetzen? Nein, haben wir nicht mehr. Die haben wir verbraucht. Und du kannst mich am Horst kratzen. Alter, nein! Du bist eklig! Weg! Weg! Die Klappe! Stören! Oh! Ich kann das nicht mehr weg! Das ist nicht mehr weg! Ich kann das nicht mehr weg! Da ist ne Heilpflanze, die nehmen wir gleich mit. Ich weiß, die steckt gleich weg. Was ist das? Was brauchen wir das? Weg damit, brauchen wir grad nicht. Fallen lassen. Die Sachen sind viel wichtiger. Jetzt hab ich's verliebt. Okay. Wir gucken uns da wieder raus. Ein Schritt und hier. Aber dann könnte man nämlich jetzt so machen. Zusammenfügen mit der... Wir können auch einen Monoturf machen, gell? Das wäre ne coole Idee. Zusammenfügen. Wobei wir das wahrscheinlich nie benutzen werden. Jetzt kann man die immer noch mitnehmen. Irgendwas drin bei dem... Irgendwas drin bei dem... Ist das noch ne Pflanze? Schmeiß ich... Die lass ich jetzt einfach draußen, ey. Ähm... Wir machen gleich Nummer 1. So... Das lass ich jetzt einfach liegen. Hi! Hi! Nein! Nein! Ich bring dich halt auch einfach um. Hm! 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 Bring me some food! Hm! Hm! No roots and shit! I need meat! Fresh meat! You understand? Ähm... Haben wir sowas nicht? Kochtes Fleisch will er nicht? Okay... Wir müssen töten! Boah! Sollten aber nebenbei vielleicht eventuell auch mal gucken, dass wir da... Oh! Das ist so weit weg! Dass wir da hochkommen... Um... Ähm... Das ist eigentlich Dekoration! Wie geht's? Wie geht's? Noch was dabei? Ähm... 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 Ich bin so leise auf einmal, ne? blahTI Ähm... Das ist einfach hier...